Ich muss da, glaube ich. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Ich bin 30% über den Warten einfach. Steps wieder? Hörst du, ne? Runden irgendwo. Er sneekt, er sneekt, er sneekt. Er sneekt. Wir müssten ja weiter drin sein, ne? Da ist gerade jemand gerannt, ne? Wir brauchen ein Fenster, wo wir richtig schönes Zeug reinwerfen können. Ich weiß halt nicht, wo das Vieh liegt. Hier oben halt, aber ich weiß nicht, was ankommt. Es kommt halt nicht an. Aber die können halt in der unteren Etage sein. Ich kann mal ein Dynamit reinwerfen. Das Atem war offen. Also die haben unten Gas hingerufen. Vielleicht sind die auch hier unten, ne? Okay, lass unten checken. Wenn sie oben sind, können wir Zeug reinwerfen. Ist da Gas? Nee. Nee, unten ist nix. Okay, muss wieder hoch. Achtung, hier kann man direkt abwählen. Okay, willst du Zeug reinwerfen? Ich bleib hier unten. Ich weiß halt nicht von wo. Von oben? Also von außen. Geh mal raus. Einer anderen Scheune wird auf mich geschossen. Von da drüben irgendwo. Und jetzt. Die haben Bounty. Ich muss ja raus. Ich werde jetzt angehütet. Bin relativ safe. Bei mir sind welche. Ich wurde gespottet. Ich bin rausgerannt. Ich bin auf der anderen Seite. Ich glaub einer handt mich. Da ist einer. Einer hatten wir jetzt. Ja. Hier ist die andere Straßenseite. Er rennt da in die Straße. Einer kommt hier links rum, glaub ich. Ja. Ja. Jetzt von mir. Von mir auch. Nice. Bleib schön in Deckung, ne? Die können... Da sind zwei Spieler noch vor uns. Hinter der Scheune. Hinter der Karre da. Hinter der Scheune. Hinter der Karre da. Der läuft. Jetzt. Im Haus gehen Explosionen hoch. Ich rüte den hier kurz. Und guck, ob der was Werfbares dabei hat. Nee, ne Spritze. Da ist so ein Vogelfiel weggehauen. Die haben ja hinten bei der Scheune was gemacht. Aber die waren zuletzt noch auf der Seite des Hauses. Da ist einer runtergejumpt. Andere Seite des Hauses. Ne, oben im Haus. Oben im Haus. Einer ist hier links. Hat es. Ich pieg ein bisschen ran. Auf mich halt geschossen. Ich habe an dir vorbeigeschossen. Die sind oben noch in dem Haus drin an dem Balkon, die Typen, die das Zeug haben. Hier ist einer tot. Ich glaube ich hab den erschossen. Ich hab den erschossen. Einer stepped bei mir close. Ich komm zu dir. Der ist im Garten. Ich seh ihn nicht. In dem da drüben. In dem da drüben? Ja. Schön. Einer ist da unten am Ende des Weges. Ja. Er ist in den Wald rein. Könnte hinter dir kommen. Pass auf. Noch einer da. Hat Hit. Er ist da hinter die Hütte gelaufen. Einer. Ich muss nachladen. Ist nachgeladen. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Die fighten da hinten auch. Ich will noch den Typen hier looten. Hast du den eigentlich gekillt bei dir? Ja, ja, ja. Den hab ich gekillt. Den anderen, den schwarzen meine ich? Ja. Okay, geil. Kann ich den auch noch looten? Ja, ja. Der liegt da geradeaus, gerade durch und dann auf den Stairs. Ah, ja. Da hab ich einen Clean-Headie gegeben dem Typen. Nice. Ich halt hier ein bisschen hinter uns, nicht das Ding ist büschung. Okay, dann weiter. In die Richtung. Den hinterher. Also es sind da welche hinter dem großen Haus. Das sind aber nicht die mit Biegen, glaub ich. Ich pass auf die. Denkst du, die wollen extracten? Ja, ja, die sind da hinten durch. Na unten rechts, da unten rechts, da unten rechts. Hat Hit? Hat glaub ich... Naja, alles nicht. Ist dahinter ein Büschung. Ja, der Reif läuft ja dann rechts, ne? Das ist eine Atze. Ich geb mir einen Lungen-Athenalin-Shot. Ist noch niemand über die Straße. Der rennt doch jetzt über die Straße. Ist nur einer. Der läuft zum Dampflok. Der will extracten. Scheiße, Zombie. Wo ist der? Da irgendwo. Im Busch noch. Ja, hier. Hier. Auf der Straße. Nice. Ist der sein Maid noch? Hat der ein Bounty? Ich splitte. Ich guck nach dem Bounty, dann kann ich ehlen. Okay, es ist niemand extracted. Also niemand am Extracted. Er hat den Bounty. Ich hab langsam keine Munde mehr. Ich hab noch zwei Long. Kann ich dir ne Waffe trocken? Oder nehm dir die Waffe von dem Typen hier. Zumindest ne Secondary oder so. Ja, Secondary hab ich ne gute. Muss noch kurz zielen. Ja, mach. Ja, die nehm ich, die nehm ich, die nehm ich. Okay. Den haben ja auch irgendwelche anderen... Jetzt wollen sie schicken, weil ich die Waffe gespricht habe. Chat, der hat... Der hat ja auch noch irgendjemand anderen gefightet. Wo ist denn der andere Extraction Point? Es gibt, der andere ist auf der anderen Seite. Es gibt nur zwei, oder? Bin ich blind? Ne, unten rechts ist noch einer. Hier wird noch gefightet auf jeden Fall. Äh, lass wieder hin. Warum, ja? Da ist dann mehrere zum Westen. Okay. Ab einen. Hat nen Headshot. Ist der tot? Ja. Liegt ein Bounty. Eine Gegner, Daniel. Wenn wir Extracten. Vielleicht er wird noch geschossen. Aber wenn ich zu greedy bin... Wir haben beide cool Kills. Und Bounties. Ich hab Giftresistenz jetzt. Äh, lass zum Extract Punkt gehen, oder? Weil dabei werden die jetzt suchen wollen. Ja, ja, ja. Naja, es gibt halt noch einen hier südlich, ne? Noch einen hier südlich, ja? Dann wollen wir jetzt zu dem getreift. Ne, ne, ne. Alter, wir haben richtig rasiert an der Koi. Ja, ja. Ich hab glaub ich drei Kills gemacht. Du hast auch gut Kills. Der war auch von uns. Ja. Ja. Rasiert. Ah, meine Koi. Das ist nicht gut. Bis jetzt hier nach drüge gucken. Da ist einer. Wo? Da. Der ist unter dem Stein. Oh mein Gott!